Ich bin daheim, hatte meine Mutter angeheult. Also, gestern war da auch so ein Fund, der hat so drei Weinen. Ja, das war so gut, dass du halt den Rest hast. Ja, ich glaube nicht. So eine Stunde. Die Ausdauer hätte ich auch gar nicht. Aber im Baul ist das auch nicht schön. Das meint man nicht. Den buddeln wir jetzt auch nicht. Aber die ist schon schlafen. Das kann ich nicht so gut machen. Ja, die haben wir auch in den Wald. Das kann ich nicht so gut machen. Die ist so interessant, die sind so ganz genauer. Das kann ich auch nicht machen. Das kann ich nicht sagen. Wenn schon, dann schon. Obwohl ich gerade erinnere, wir haben uns noch ein bisschen einen Körner umgesetzt. Ja, wir haben uns noch einen Körner überflog. Es sollte er zuerst gehen. Ja, der war dabei. Wir waren ja da unten, also ich glaube, jetzt gerade auch weiterläuft. Ja. Da ist doch nicht so zu sagen. Auch das hat man nicht so zu sagen. Und man darf überwinden. Ja, genau. Ich habe ja jetzt schon gesagt, man hat das gefragt, ob man das gehört hat. Ja, ja. Und ich glaube, dass der Streit wird mit dem Abgrund ähnlich. Wir haben uns vorhin, weil dieses Grönöbel, das ist halt so. Ja, ja. Wie lange fährt man da in der Tür? Ja, das haben sie wieder gesehen, wenn sie uns gefällt. Geiles Video. Ich habe gestern das zweite Video gestanden, aber ich mache heute das dritte. Ah, das ist schön geworden, auch bei der Musikhinsung. Ja, ich fühle mich sehr, wie die da sind. Gerechtig? Nein. Nein, doch. Aber der Felix hat schon auch mitgebuddelt, Joy. Ich habe es kaputt gemacht. Ich habe es kaputt gemacht. Ich habe es kaputt gemacht. Oh, jetzt steigt es ungefähr. Ich habe es kaputt gemacht. Jetzt wurde ich so wenig groß. Ja, das ist so. Die nächste Woche war in den Haus, die rückst du ja auch. Die hier kommt jetzt, die fahrt das auch schon mal an. Die schaut euch deine Schwester an, die ist lieb. Er darf nicht mehr Flaschen an. Die ist eigentlich zu viel eher. Die Flaschen passt genau noch rein. Aber sie sehen sie eine Flasche? Ja, sie hat die Lohömer. Und am Sonntag werde da Samstag das Bier mit dem Hut zu packen. Und Joy, guck dir das mal an, ey, das ist so eine Ortebrechenziehung, du steigst. Und er findet es aber toll, weil dann keiner hinten ran und rumspurt. Wie geil, ich steig nicht so. Ja, Mann, ich steig nicht so. Nee, sie macht das auch immer, aber er hat jetzt schon direkt raus, der lässt sie einfach nur fallen. Aber ich finde es witzig, dass sie so flexibel sind. Meinst du, der läuft weg, wenn sie nicht? Ja, das ist ja auch. Jetzt werde ich gleich mal auf. Ja, das ist ja auch so. Siehste, jetzt hast du verdreht. Joy.